Vorrücken Schrei im Feld Genau, Lennart bleibt dran bei dem Und schlagen Kommen wir rein Guter Ball Wie lange noch Bären? Ja gut, aber schön, dass du jetzt rausziehst Jetzt spekulier mal den Raum Und eröffnet den leeren Raum Komm, groß leer Tim, und jetzt mach Platz in der Mitte Oh Wie viel passiert Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Ja 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 Aber so ist es richtig, hinten hier raus, neu ausbauen, hier fertig. Ja, auch bei Euer. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Gut, Jasti. Na, wieder eine vor. Einer muss vorschlagen. Gut gemacht, Lukas. Klasse. Klasse. Kommt, der ist noch! Hinter dir! Wir wechseln noch! Wir hässlich nicht! Wir rennen! Komm, Leon, hinter dir läuft ja der 13er. Ganz am Ausschieben! Ich bin jetzt auf meiner Seite. Keiner? Langes Ding, langes Ding! Wie lange noch, Bernd? 4 Minuten. Ich meine, du kannst das natürlich abbauen. Die wollen das schon wieder auf. Der andere hat eine Rücke. Hier wie Reral, kommt mal Vorschiebler! Schick! 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 Komm, hol ihn mir! Komm, hol ihn mir! Mach ihn dicken! Normalerweise ist das Rot, ne? Komm, hol ihn mir! Oh, schade! Gut gemacht, Robin! Schönes Ding! Wollt ihr mich gleich verarschen? Ich kann doch nicht freile Ballen kommen! Ja, schade, den gleichen Ball ein... Und jetzt mach vor! Zeig dich, Leon! Zeig dich, Leon! Einspielbar sein! Komm, Leon! Deiner! Deiner! Wie geht es sonst? Alle 3-3-3-3-2! Ellenspielbar sein! Wir geben jetzt hin! Au! Weiter! Letzter Mann! Dann wird das erste Ergebnis fallen in der Parteien! Deiner! Weiter, Arjon! Schick! Schick! Ah, schade! Schick! Der Steigler hat überall. Waffen! Schick! Vielen Dank.